ok dann gehen wir mal da runter ok nu wo lang ah du wolle da hoch da sind wir nicht gekommen warum das auch gerade verstehe ich zwar ehrlich gesagt nicht aber egal So, nur? Nur? Ach, nö. Nicht schon wieder da oben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber egal. Äh, das geht doch... Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Ja, wo kommen denn hier jetzt lang? So, das war wieder hier. Ach nö, nicht schon wieder. Manu. Wie oft soll ich denn hier noch rumfahren? Wenn er jetzt wieder zu mir sagt, dass ich da rein muss. Ho, alter Falter. Geh mal wieder runter, haben wir sonst nix zu tun. So, und jetzt? Heiliges Kanülenloch. Hm. Der will schon wieder da hoch. Das gibt's doch nicht. Manu. Das finde ich nicht superrauschend. Also ehrlich. Du gehst mir auf den Pist. Du gehst mir auf den Pist. Ich gehst mir fazer. Ich weiß nicht. Aber jetzt habe ich den Pist. nicht schon wieder da also das mit den dingern hier blicke ich nicht unbedingt ganz so mein teil dafür bin ich irgendwie ein bisschen zu blöd ach sie kann auch umkehren du musst ein schloss knacken echt dieses olle schloss bitteschön dankeschön meine liebschaft ich wollte zurück hier zwischen speichern kann man gar nicht die 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 den pucker liebt Die haben den Pukali lieb. Oh, was ist denn das? Nimm, repetiere. Warte, keine Ahnung, was das ist. Picklock. Yay. Lockpick. Lockpick. Gucken wir uns das mal an. Mache ich auch immer ganz gern. Mhm. Und so Profi, ja, ja. Ende. Ende. Okay. Warte, du Luki, Luki machen? Hm. Luki, Luki. Oh Gott, wenn ich das schon sehe, Deckung. Halt die Klappe. Ja, 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 ja. Reißt ihn ein. Ich reiß dir gleich was ein. Da ist ja grad irgendein Putze gewesen. Da, 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 da. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Ja, dann geht mal in die Deckung mir. Putsch. Putsch, komm, 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 komm. Also, put put. Wow, 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 wow. So, ich glaube, ich sollte mal die andere nehmen. Wow, 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 wow. Katsch, 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 komm, 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 komm. Der hat nicht mal was dabei hier. Was geht mit dem auch? Schweine rein! Schweine rein, Schweine rein, Schweine rein. Was sind das? F-Gatlingar. 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 was haben wir denn hier feines schließkasten salze voll nix mehr salze für mich gibt es ja gar nichts mehr für mich anover lang darum ok was f gedrückt halten hier glättig